Hallo ihr lieben Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video und heute werden wir unser eigenes Peeling machen und ja, wir fangen mal an. Das ist 260 Gramm Zucker brauchen wir dafür, dann brauchen wir 60 Gramm Kokosöl, eine geriebende Zitrone und hier dieses Zitronenaroma und hier ist unser Kokosöl, wir haben nur noch wenig und so, ja. Ja und ja, wir gehen jetzt weiter mit den Sachen. Hier unser geschmelzendes Kokosöl jetzt mal reinpacken. Hier haben wir diese kleine Zitrone, backen wir mit dem Zucker nochmal. Jetzt 10 Tropfen Zitronenaroma und jetzt 10 Tropfen Zitronenaroma und jetzt 10 Tropfen Zitronenaroma. Dann das auch zur Seite, dann Kohlenbrin und den ganzen Zucker rein. Ganz der Zucker. Und rühren. Also, es duftet jetzt auch schon ganz gut, wie auch zum letzten Mal, da habe ich euch das aber nicht gezeigt, da habe ich das mal eingefüllt. Und ja, das sieht auch sehr, sehr schön aus hier. Also liebe Leute, tschüss bis zum nächsten Video. Auch, obwohl ich euch eigentlich beim letzten Video versprochen habe, dass ich das mit Seife mache. Aber zunächst mal mache ich das echt mit Seife. Nur weil unser Peeling fast leer war. Tschüss. 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 Tschüss.